Am Samstag im aktuellen Sportstudio alles zur Fußball-Bundesliga. Das Topspiel Köln gegen Kaiserslautern. Köln ja schon unter Druck nach 0 Punkten und 1 zu 8 Toren. Wir werden mit dem Verantwortlichen sprechen. Anschließend außerdem zum ersten Mal zu Gast im aktuellen Sportstudio Sven Ulreich. Der Torwart des VfB Stuttgart mit 23 Jahren hat er schon eine ganz schön bewegende Karriere hinter sich. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was hat denn Dirk Nowitzki hier zu suchen? Auch der spielt eine Rolle. Am Samstag ab 23 Uhr im aktuellen Sportstudio. Würde mich freuen, wenn Sie zuschauen.